RTV Vorarlberg Was wäre unser gesamtes Universum? Die acht Planeten, die 194 verschiedenen Staaten, die sieben Weltmeere ohne Vorarlberg. Wahrscheinlich genauso wenig wie Vorarlberg ohne die Dornbirner Messe. Zum Glück ist beides vorhanden und Letzteres wirft sogar schon seine Schatten voraus. So öffnet die Herbstmesse in Dornbirn in Kürze bereits zum 69. Mal ihre Tore und wir wollen sie heute bereits informieren, was sie dort ab dem 6. September fünf Tage lang erleben können. Aus diesem Grund melden wir uns heute direkt von der sogenannten Messekonferenz hier in Dornbirn. Damit herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg Aktuell mit Geschäftsführerin Sabine Tichit-Reiml. Was ist denn für Sie das ganz Besondere der eben bevorstehenden Herbstmesse in Dornbirn? Besonders ist eigentlich alles. Es ist die gesamte Herbstmesse ganz was Besonderes. Es sind sehr, sehr viele Highlights. Für mich ist es die erste Herbstmesse als Geschäftsführerin. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn dann wirklich die Tore geöffnet werden, wenn die Öffnung stattfinden wird. Aber wir haben sehr, sehr viele Highlights. Es ist für Jung und Alt, für alle Generationen eigentlich sehr viel dabei und das freut uns natürlich ganz besonders. Und genau dieser Mix und die Themenvielfalt des heurigen Messeangebots lassen keine Wünsche offen. Denn Märkte und Menschen live erleben, das steht bei der Herbstmesse Dornbirn im Vordergrund. Das heißt viel Platz für Begegnung, Raum für gute Gespräche, ein Ort, um Neues zu entdecken und Altbewährtes wieder zu treffen. In völlig hormeliger herbstlicher Atmosphäre steht fünf Tage lang Sehen, Hören, Staunen und natürlich nach Herzenslust shoppen im Vordergrund. Und das bei einem Angebot, welches sich von seiner vielfältigsten Seite präsentiert. Wir haben mit den Ausstellern ein ganz tolles Programm auf die Beine gestellt. Wir sind stolz, dass wir Know Your Status begrüßen dürfen. Eine Aktion, die wir vom Liveball kennen. Es geht um die Aufklärung des HIV-Virus oder HI-Viruses. Mit Know Your Status ist es auch möglich, einen Schnelltest direkt auf der Messe zu machen für die Besucher. Wir begrüßen auch das Bundesheer, das sich als Arbeitgeber präsentiert. Da können Sie dann die Besucher informieren über mögliche Karrieren oder Berufsbilder, die es beim österreichischen Bundesheer gibt. Neu ist auch unsere Kinderbaustelle in der Halle 9. Da können die Kinder mal schauen, wie es ist, zu Mauern, Fliesen zu legen oder Fenster zu bauen. Das ist ganz was Lässiges für unsere Kinder. Neben Kinderländle und Messi ein lässiges Kinderprogramm. Und natürlich so Klassiker wie unser Wirtschaftszelt, Modenschau, die sind natürlich auch mit dabei. Und sehr traditionell. Und genau darum soll man sich im Messequartier auch heimisch, regional verwurzelt, aber auch international zu Hause fühlen. Mit neuen Impulsen beispielsweise für die gesundheitliche Balance. Wie etwa Gesundheitsvorsorge, Alternativmedizin, Naturkosmetik oder Nahrungsergänzung. Und auch wer den kreativen Hotspot sucht, wird fündig. Hier heißt es... Kunsthandwerkstraße trifft Bastelwerkstatt. Speziell in meinem Fall zeige ich die Kalligrafie, also die Welt der Kunst des schönen Schreibens. Das heißt, ich mache Vorführungen am Stand und die Besucher können im Workshops die verschiedenen Schreibmöglichkeiten, was es gibt, Balserholz oder Bambusfeder, mal ausprobieren. Und dann können sie eine Kleinigkeit basteln und das mit Hause nehmen. Im Allgemeinen sehen die Zuschauer auf der Messe in der Kunstwerkstattstraße sicher ganz viele verschiedene Sachen zum Thema Basteln und Kunsthandwerk. Eben, echtes Kunsthandwerk mit kleinen Schätzen und Juwelen, die ideenreiche Köpfe und geschickte Hände mit viel Talent für die bevorstehende Herbstmesse Dornbirn erschaffen. Genauso aber gilt es, ausgelassen zu feiern. Denn auch die Unterhaltung ist im Messegeschehen ein bedeutender Faktor. Also wir haben hier ganz neu statt das Wirtschaftszelt, so wie man es kennt in der Mundart, dort vor Adlberg, haben wir unter dem Motto Oktoberfest. Das heißt, von Mittwoch bis Sonntag ist Oktoberfeststimmung angesagt. Es wird trachtig bei uns im Wirtschaftszelt. Wir haben am Samstag ein riesengroßes Oktoberfest mit den Alpfetzer aus Deutschland. Das ist ganz eine bekannte Partyband. Wir haben am Donnerstag wieder den traditionellen Abend. Man trifft sich wieder an den Bars, so wie es früher war. Man soll sich wieder treffen, man soll durch die Bars durchschlendern. Wir haben höher wieder vier Bars dabei und eine große Weinlaube. Und da hoffen wir natürlich, dass man sich wieder zusammen telefoniert, dass man sich zusammerschreibt und dass man wieder auf den Messe geht. Und den Donnerstagabend, aber nicht nur den Donnerstag, sondern auch den Freitag, den Samstag wieder bei uns oben verbringt. Viele Leute trifft aus dem Ländle, nicht nur aus dem Ländle, sondern auch aus der benachbarten Schweiz und aus Deutschland, dass man einfach wieder zusammenkommt, eine Gaude hat und schön miteinander führert. Ja, und dies alles sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Zu erleben auf dem größten Marktplatz Vorarlbergs, der ab dem 6. September fünf Tage lang ganz im Zeichen der Begegnung steht. Vielleicht kommen Sie ja selbst vorbei, denn die schönsten und besten Begegnungen im Leben finden meistens dort statt, wo man Sie am allerwenigsten erwartet. Eventuell sogar auf der Herbstmesse in Dornbirn. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und damit gleich zu den ausführlichen Meldungen des Tages. Für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben werden von Landesseite vielfältige Maßnahmen gesetzt. Eine davon ist die finanzielle Unterstützung für das Serviceprogramm Karenzaktiv, das Anfang 2014 von der Arbeiterkammer Vorarlberg gestartet wurde. Mit einem maßgeschneiderten Angebot soll nach der Karenz eine möglichst reibungslose Rückkehr ins Berufsleben ermöglicht werden. Für die Fortführung des Programms bis 2019 wurde jetzt von der Landesregierung ein Beitrag in Höhe von insgesamt 600.000 Euro freigegeben. Das teilte Landeshauptner Markus Wallner und Landesstadthalter Karl-Heinz Rüdiser mit. Wie ORF Vorarlberg berichtete, wurde eine Radfahrerin heute Morgen unter einem Lkw-Zug eingeklemmt. Die etwa 50 Jahre alte Radfahrerin war in Lauterach auf der Ach-Kreuzung Richtung Bregenz unterwegs, als sie vom rechts abbiegenden Lkw erfasst wurde. Wie die Frau unter das Fahrzeug geriet, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau verletzt und dürfte großes Glück gehabt haben. Sie wurde ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Die Beifußblättrige Ambrosie, auch Ragweed genannt, stammt aus Nordamerika. In den vergangenen Jahren hat sie sich auch in Vorarlberg ausgebreitet. Das Problem, die Pflanze bedeutet eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, da sie heftige Allergien auslösen kann. Vor allem durch die Pollen, aber auch durch Hautkontakt mit dem Blütenstand. Auf jeden Fall sei es ratsam, Hautkontakt mit Ragweed zu vermeiden, sagt der Biologe Markus Grabherr. Und je früher die Pflanze eliminiert wird, umso weniger kann sie sich ausbreiten. Soweit die aktuellen Informationen an einem für mich sehr schönen Tag, im wahrsten Sinne des Wortes, inmitten der Models stehend, die dann auf der Herbstmesse auch für die Präsentation der Modeschau verantwortlich sind. Ob es für Sie wettertechnisch ein schöner Tag wird, das erfahren Sie jetzt im ausführlichen Wetterbericht. Ich verabschiede mich wie immer im Namen von Redaktion und Technik, wünsche Ihnen eine gute Zeit und vor allem gute Unterhaltung hier mit RTV Vorarlberg. Gestern Fußball geschaut, heute früh Fußball geschaut, am Nachmittag brasilianischen Fußball geschaut. Lampert, Fernsehen schauen, wann und wo du willst. Mit der TV-App, meine Welt unterwegs. Online und mobil bis zu 7 Tage Fernsehen nachholen und 30 Sendungen aufnehmen. Jetzt ab nur 3,90 Euro pro Monat. Alle Infos auf lampert.at. Heute früh gibt es in den Beckenlagen ein paar Nebelfelder. Untertags ziehen dann dichtere Wolkenfelder durch. Am Nachmittag bilden sich über dem Berglein ein paar Quellwolken, welche die Sonne zeitweise abschirmen. Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad. Am Dienstag dominiert das Hochdruckwetter im Ländle. Die Sonne scheint über weite Strecken an einem nahezu wolkenlosen Himmel. In den Tallagen werden bis zu 25 Grad erreicht. Der Mittwoch bleibt den ganzen Tag recht sonnig mit schwachem Wind. Die Gewittergefahr ist gering, in den Bergen steigen die Temperaturen etwas an. Auch am Donnerstag hält das Hochdruckwetter an. Am Nachmittag entstehen über den Bergen einige Quellwolken. Es bleibt aber warm, bei Höchstwerten von 25 bis 28 Grad. Überwiegend sonnig und heiß fällt auch der Freitag aus. Im Laufe des Nachmittags bilden sich Quellwolken, es könnten Gewitter entstehen. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at